Der Abstand. Alle Masken, die Masken. Herr Dr. Söder, Sie waren beeindruckend in dieser Phase. Vielen Dank. Sehr beeindruckend. Aber alles war nicht vorbei. Immer wenn man sieht, was gerade woanders los ist, ist nichts vorbei. Deswegen bitte ab. Ich bin einfach wie das hier. Wo können Sie denn? Das wird man nicht sein, das wird man nicht sein, das wird man nicht sein, das wird man nicht sein.